Elektronik Skiffle. Ich bin ja gespannt, ob da irgendeiner Gitarre spielt. Die Musik kann doch keiner tanzen. Die Klingelton. Da gibt's Leute, die kann da drauf tanzen. Nur weil du das nicht kannst, das heißt gar nichts. Der Andy hat den ganzen Tag behauptet, wir spielen hier nur Skiffle und Rissen im Blues. Skiffle und Rissen im Blues? Nein, das spielen wir hier leider gar nicht. Wir haben also im 6PM 80er Jahre Musik. Wir haben im Zuhause Club Hausmusik. Aber man sieht hier wieder, dass wir hier bei A40 sind. Wir stehen auch hier im Stau. Ich hab mal ne Frage. Wir haben hier ne CD gemacht. Wenn wir jetzt als Newcomer angenommen zu dir hinkommen würden und sagen, hör mal, kannst du mal die CD spielen? Machst du das dann? Oder sagst du, ich hab mein eigenes Zeug dabei? Weiß das denn so ne Musikrichtung? Hä? Weiß das so ne Musikrichtung? Ja, noch gar nichts. Wir haben erst mal nur das Cover irgendwo ab. Ach so. Das war ja nur ne theoretische Frage. Also jetzt sind wir im 6PM. Das ist eigentlich hier ist unser Herzstück des Tiergeländes. Hier ist nur eine Stunde. Das sag ich deiner Mama. Mama, wir gehen jetzt mal rüber in den anderen Laden. Das ist ein bisschen ruhiger. Das ist jetzt ein bisschen eng und aus haben es witzig. Ist das okay? So, wir versuchen mal einmal, ob wir hier auch unerkannt vorbeikommen. Guck mal, da hat mehr keine Sau. Man kann hier auch den ganzen Abend lecker verbringen. Also hier sind wir jetzt. Hä? Was soll ich machen? Du bist wohl im verkehrten Film, oder? So, wir befinden uns jetzt hier. So, dann tanz du mal. Wo willst du hin? Wir gehen an eine Bar. Ja, okay. Das ist zwei Plante Sponch. Ist das was mit Rum? Was? Was noch? Du weißt, dass du noch fahren musst, ne? Ich fahr da Taxi nie nach Hause. Kannst du mal abschmecken. Ach so, hier. Guck mal, hier ist er doch. Na, na. Du siehst auch gut aus, aber wir meinten jetzt den Musiker da. So, da. Das ist er noch nicht mein Freund. Der kennt mich ja gar nicht. Recklinghausen. Der wohnt bei mir um Erkern. Genau. Wollt ihr, dass ich kein Französer in Monaco kommen? Ja. Ja? Ja. Wir haben eine CD rausgebracht. Zeig ich mal ganz kurz hier. Wir sind die... Kuba oder was? Kuba oder? Das ist Tupac und das ist hier... Sieht man doch vom Weiten, oder nicht? Na, Moment. Ist egal. Ist eine andere Geschichte. Ich mag gerne so... Äh. 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 Das ist auch für alle Mann hier oben. Weil es uns leider nicht gelungen ist, dass wir diese CD, die ich extra einspielen werde, dennächst leider nicht am Mann bringen konnten. Vielleicht nächstes Mal. Ja. 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 Ja.